Worauf kannst du nicht verzichten? Kevin Bareilles. Omar, willkommen bei Was laberst du? Wie heißt du und damit zur ersten Frage, wer war der Lieblingsspieler deiner Kindheit? Omar. Omar Khaled oder DJ Khaled? Ronaldinho. Mit wem hast du als letztes eine WhatsApp geschrieben? DJ Khaled. Iron Man oder Spider-Man? Mein Bruder. Wo würdest du gerne mal Urlaub machen? Spider-Man. In welchem Land bist du geboren? Ibiza. Und in welcher Stadt? Ägypten. Neben wem sitzt du in der Kabine? Kairo. Worauf kannst du nicht verzichten? Kevin Bareilles. Worin bist du richtig gut? Mein Vater. Und worin richtig schlecht? Fußballspielen. Mit welchen Buchstaben beginnt dein Vorname? Kochen. Welche Größe hat dein Trikot? O. Was für ein Tier ist unser Maskottchen Wölf? L. Hund oder Katze? Wolf. Kuschari oder Kartoffelsalat? Hund. Himbeere oder Blaubeere? Kartoffelsalat. Welche Farbe hat dein Auto? Himbeeren. Welche Farbe hat unser Logo? Schwarz. Und deine Augen? Grün. Was ist deine Rückennummer? Schwarz. Was ist deine Schuhgröße? 33. Wie alt bist du? 44. Was ist 19 plus 5? 23. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut fandest du dieses Spiel? 24. Top, das war's. Ich muss mich so konzentrieren. Ja. Ja. Oder Arnau. glorious. Erin. inta.